Das neue Workers and Resources Update wurde endlich veröffentlicht. Es enthält Müll, Forschung, Abreißen von Gebäuden und viele andere coole Dinge. Und wie ihr einen perfekten Start hinlegt im Realismus-Mode, das gucken wir uns in diesem neuen Tutorial Let's Play an. Also, wir starten ein neues Spiel, natürlich auf einer zufälligen Karte. In dem Fall habe ich keine gefunden, die mir gefallen hat. Und ich finde mittlerweile die zufälligen ganz cool. Und ja, da starten wir mal. Wir gehen natürlich auf realistisch. Allerdings will ich die Zeit auf 1960 ändern, damit wir im Game einfach ein bisschen mehr Zeit haben. Dann möchte ich gerne bei den Karteneinstellungen die Seen minimal reduzieren. Anzahl der Hügel erhöhen, Geländehöhen ein bisschen erhöhen, Baumdichte erhöhen und die Anzahl der Wälder auch drastisch erhöhen, Anzahl der Flüsse. Möchte ich gerne auf ungefähr zwei, auf ungefähr drei erhöhen. Und ich bin einfach ein Wasser-Fan. Das ermöglicht es uns halt auch, mehr Sachen zu machen, Brücken zu bauen und all sowas. Das macht das Ganze ein bisschen spannender. Dafür halt ein paar Seen weniger. Städte bauen wir nicht. Und das erkläre ich euch, während das Ganze lädt. Bei den Städten, wenn ihr die baut, habt ihr das Problem, dass ihr den Werten im Spiel nicht vertrauen könnt, die ihr oben rechts seht. Und deswegen baue ich hier in diesem Let's Play ohne Städte, damit wir oben rechts in der Übersicht immer den aktuellen Stand sehen, auch was Bevölkerung uns so angeht. Und das ist einfach in dem Fall sinnvoller für uns. Okay, im Spiel angekommen ist das erste, was wir machen, mal auf die Pause zu gehen. Und dann gucken wir uns die Karte erstmal an und schauen uns erstmal an. Oh, das sieht richtig gut aus. Oh, das sieht super aus, Leute. Das gefällt mir. Hier ein Fluss, dann teilt es sich hier auf. Schöne zwei Flüsse, hier überall ein paar große Seen dran. Hier haben wir einen See. Und hier sehe ich tatsächlich einen relativ guten Startpunkt für uns. Und hier ist sogar direkt ein Stromanschluss dran. Das ist ja ein mega Startpunkt. Hier gibt es einen großen Berg an der Grenze. Das ist sehr gut. Müssen wir uns also so ein bisschen bei den Geländehöhen, das hatten wir ja geändert, uns ein bisschen orientieren. Und hier hinten ist Kies und hier ist ein See. Okay, dann gucken wir also das Folgende. Wir werden die Industrie hier in die linke Ecke verlegen und die erste Stadt grobe Richtung hier unten hin bauen, sodass wir das Abwasser hierhin verschütten können. Und die erste Industrie legen wir hier hin und werden dann eventuell Felder hier hinten in diese Richtung anlegen. So, die erste Industrie, die wir bauen werden, wird Nahrungsmittelindustrie sein. Das macht einfach am meisten Sinn. Ich zeige euch mal auch die Werte hier. Wir müssen relativ schnell relativ viel Geld verdienen und das geht am Anfang ohne Forschung nur mit Kleidung. Wir haben keine anderen Möglichkeiten. Ich zeige euch das auch mal. Wir haben zum Beispiel nicht mal eine Fabrik für Fertigplatten können wir bauen. Wir könnten hier zwar Öl fördern, aber wir können nicht mal eine Raffinerie bauen, geschweige denn Chemie oder irgendetwas in die Richtung. Wir können keine hochwertigen Wohngebäude bauen und sowas. Und ich mache nochmal fix die Mods aus. Wir spielen in diesem Let's Play ohne Mods. Wir nehmen nur die Vanillagebäude. Ihr müsst also nichts runterladen. Es ist alles Vanilla. Ihr habt es gesehen, Mods sind nicht mehr drin. Wir lassen also wirklich nur die Vanillagebäude an. Und das, was wir am Anfang bauen und machen müssen, ist Kleidung essen. Und Kleidung wird am Anfang sehr wichtig sein, um unsere Industrie in Gang zu bringen. Und deswegen möchte ich hier in diesem Let's Play ein zentrales, ja mehr oder weniger Warenkonzept etablieren. Ich zeige euch mal, was ich meine. So, wir holen uns mal unser Zugsystem. Da holen wir mal unsere Frachtbahnhöfe. Da gibt es hier oben einen relativ großen Frachtbahnhöfe. Und den werden wir mal nehmen. Und jetzt können wir mal schauen, dass wir das so halbwegs hier vielleicht so ein bisschen, dass wir das am Raster ausrichten. Ein bisschen weiter weg das Ganze. Jetzt muss ich nochmal schauen, wo hier das Ganze war. Hier unten können wir eventuell ein bisschen was abbauen in Richtung Kies. Setzen das mal dahin. So, und dann fragt man sich übrigens auch, ja Mensch Nerd, dann guck doch erst mal, wo sind denn überhaupt deine ganzen Kohlevorkommen? Ja, lass uns mal gucken. Kohle ist, äh, hm, Eisen, hm, Öl, ja. Ich kann euch sagen, das ist nicht mehr ganz so einfach. Wenn ihr hier unten auf die Fragen und Antworten geht, dann könnt ihr euren Ministern Fragen stellen. Und da gibt es den Minister für Wissenschaft. Und da gibt es hier den Forschungsbaum. Und hier seht ihr, was wir alles erforschen können. Und wir müssen wirklich alles erforschen. Wir haben noch nicht mal hochwertige Stromleitungen. Die 18 Megawatt Leitungen müssen wir erforschen. Wir haben Ingenieurswesen, das war schon immer so. Wir können nicht mal Stahl produzieren. Wir können nicht mal hochwertigen Beton produzieren. Ähm, Umweltbelastung. Telefone abhören können wir noch nicht machen. Ölindustrie müssen wir erforschen. Äh, Chemieindustrie. Wir können noch nicht mal Geologie machen, dass wir wissen, dass auf der Karte irgendwo Ressourcen sind. Das können wir auch nicht machen. Ja, das heißt, wir müssen wirklich alles erforschen. Deswegen müssen wir relativ schnell dort hingehen. Was wir machen könnten, das nur mal als kleiner Tipp, was natürlich weiterhin funktioniert, ist, zum Beispiel eine Eisenmine zu nehmen. In dem Fall würde ich tatsächlich gerne eine Kohlemine nehmen. Und natürlich einfach mal rüber gehen und gucken, wie wir hier irgendwo Kohle haben. Das ist, äh, leider, wie ihr seht, nicht der Fall, ja. Das heißt, wir haben hier vorne nicht mal Kohle. Jetzt gehen wir mal hier auf diesen Berg. Da haben wir auch nichts. Gehen wir mal hier. Ja, da haben wir auch nichts. Ich wette, hier oben auf irgendeinem Berg haben wir Kohle. Ne, das, ihr seht, wir haben keine Kohle in den Bergen, die wir bei uns haben. Wir wissen auch nicht, wo die Kohle in Zukunft ist. Also, das müssen wir alles heraus. So, jetzt werden wir hier die drei Gleise erstmal anschließen. Wenn das gleiche, das Gleis hier rechts offen lassen. Und das setzen wir einmal da hin. Das machen wir mal einen schönen Bogen. So. Einmal da. Und da. Das werden wir noch nicht bauen. Wir werden auch noch keine Kreuzung oder so einbauen. Das ist einfach nur den Hintergrund, dass es dann schon mal vorhanden ist. Wir werden auch hier unten noch nicht weiter bauen. So, wozu soll das Ganze gut sein? Ich möchte hier vorne ein Zentrallager erschaffen, welches wir in Zukunft über die Züge versorgen können. Da kommt mein Kleidung, Essen, Chemie und so weiter und so fort. Und von hier aus werden wir dann die nächsten Städte versorgen. Und in Zukunft diese Sachen auch alle mit den Zügen versorgen. Wir werden auch mit der Kiesindustrie und dem Bauindustrie planen darauf achten, dass wir alles von überall nach überall mit dem Zug verteilen können. Weil wir ansonsten bei einem realistischen Spiel doch relativ schnell in Probleme geraten. Ja, ihr müsst in einem realistischen Spiel viele Massen über große Entfernungen schnell transportieren können. Und das geht einfach nur noch mit dem Zug. Deswegen werden wir von vornherein dieses System nehmen. So, dann brauchen wir als allererstes ein Lagerkomplex. Und es gibt eine ganze Menge neue Lager, auch per Default. Da gibt es ein sehr schönes, nämlich das will ich nicht. Das kostet mir zu viel Stahl. Stahl ist am Anfang relativ teuer. Ihr seht, das kostet 9,2 und 9,4. Dafür hat das hier natürlich wesentlich mehr Arbeitstage als das andere. Aber das ist einfach so. Dann dauert es einen Tuck länger. Dafür ist es vielleicht nicht ganz so teuer. Wenn wir uns was sehen, was den Stahl angeht. Das bedeutet, wir werden uns das... Oder wir bauen... Ne, das ist auch nicht das Richtige. Lasst uns mal das angucken. Das sieht noch am besten aus. Wie viel Stahl hat das? 5 Tonnen. 560, 520. Ich würde sagen, das ist eine gute Mischung. Das bauen wir einmal hier ran. Mal so halbwegs gerade ausrichten. So. Dann kommt hier direkt ein Fleischlager dran. Da gibt es ein großes und ein kleines. Ja, es ist, glaube ich, jetzt eine Philosophie-Frage. Ich glaube, wir brauchen nicht so viel Fleisch, als dass wir das brauchen würden. Jetzt werden wir das mal spiegeln. So, dass wir hier das Lager dran bekommen. Jetzt werden wir das nicht an das Lager ran bauen. Steuerungstaste. Zack. Einmal bauen. Dann gehen wir hier unten auf die Industrieverbindung und werden das hier schon mal bauen. Hier können wir eine schöne Kurve noch mit reinsetzen. Einmal in Aufmerksamkeit geben. Fertig. So. Jetzt gibt es hier die LKW-Laderampe. Und die werden wir hier verwenden. Gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen platzsparend bauen. Das würde ich tatsächlich gerne spiegeln. Kürzer die Wege sind, desto weniger wird natürlich auch benötigt. Wir bauen das mal dorthin. So, hiermit können wir jetzt die ganzen Rohstoffe einkaufen, die einen Warenlager benötigen. Wir können sie mit dem LKW irgendwann abtransportieren. Das wird am Anfang erstmal alles ohne Züge kommen. Das habe ich jetzt nur zur Orientierung angebaut. Mehr nicht. Dann gibt es Freilager. Wir brauchen natürlich auch Freilager. Es gibt hier das offene Lager. Ich baue euch das mal kurz und dann gucken wir uns mal an, was wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall Stahl 1, Plattenbauteile 2, Ziegel 3, Bretter 4. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall vier Lager für die Zukunft. Das ist jetzt, wie gesagt, am Anfang noch nicht ganz so spannend, aber das ist eher so ein Zukunftsthema. Da sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir genügend haben. Also, wo haben wir es? Einmal das Freilager, bitte. Und dann gucken wir auch hier, dass wir so effizient wie möglich und so dicht wie möglich bauen. Einmal da, bitte. Tja, das wird schon schwierig. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da noch eine Straße durchkriegen. Das wäre natürlich optimal. Wenn wir hier eine Straße noch durchkriegen. Ah, nicht. Da kriegen wir echt keine Straße mehr durch. Wenn wir das weg, hier... Na, da habe ich es gesehen. Da geht es. So. Einmal so, bitte. Erstmal die Straße errichten, denn das Gebäude muss ja in Zukunft noch gebaut werden. Und dann gibt es hier drunter zwei weitere Lager. Na, wo haben wir sie? Einmal dort, bitte. Einmal dort, bitte. So. Und hier unten haben wir jetzt noch genügend Platz, etwas anderes ranzubauen. Kleiner Spoiler. Hier kommt dann die Industrie ran. Das machen wir aber in den nächsten Folgen. Sehr schön. Dann Straße und Bauindustrie kommt als nächstes. Das heißt, die Straße, die wird jetzt natürlich ein bisschen länger sein. Da können wir gucken, dass wir die schon mal grob durchziehen. Ich möchte auch die Bauindustrie hier vorne rein haben. Die wird dann zwar ein bisschen weiter fahren hierhin, aber damit ist die Reichweite, die sie automatisiert baut, ein bisschen größer. Das heißt, wir wollen ungefähr die Industrie hierhin haben. Müll kommt dann hier oben hin, über die Bauindustrie. Und die Stadt kann dann hier in diesem Bereich. Das bedeutet, wir müssen die Straße, die ziehen wir einmal da lang. Und dann wollen wir hier schräg in diese Richtung gehen. Jetzt gucken wir mal, was hier mit den Höhenlinien passt. Ja, wir gehen mal in die Richtung. Einmal einen netten Bogen bauen, bitte. Wir bauen direkt eine zweite daneben. Und dann werden wir hier jetzt einen Abzweck bauen. Hier kommt die Stadt hin und dann können wir von dort aus das Ganze dann auch demnächst vernünftig verbauen. Und hier machen wir dann einen kleinen Schlenker und gehen dann hier rechts an der Stadt dann wieder vorbei, sodass wir sie dann hier reinbauen können. Vielleicht so leicht an den Berg. Das werden wir uns dann mal angucken. Okay, so. Dann machen wir hier einmal einen Abzweig. Einmal ein kleines Stückchen dort. Und damit die Fahrzeuge schneller sind, können wir so einen kleinen Trick anwenden. So, dann machen wir das Stückchen in der Mitte raus. Und dann können die Fahrzeuge hier wesentlich schneller drauf fahren. Und von hier aus werden wir dann einmal hier noch eine Straße errichten. Einmal da hin. Das Stückchen nehmen wir mal weg. Einmal da weiter. Einmal da hin und da hin. Müssen wir das Schnipselchen hier nochmal wegnehmen. Wird wir hier auch vernünftig rankommen. Gehen wir einmal da lang. Einmal da hin. Nehmen wir uns hier mal einen gemeinsamen Punkt. Ja, schade. Das geht nicht und bauen wir da gerade aus. Und dann haben wir hier zumindest auch ein bisschen den Verkehr abgemildert. Und den können wir noch, ich denke auch noch da nehmen. Dann haben wir hier ein schönes Kreuz gebaut, der hoffentlich in Zukunft auch den Verkehr beschleunigt wird. So, hier kommt dann unsere Stadt hin. Wir führen die Straße links rum, die Straßen rechts vorbei. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und jetzt werden wir uns hier an der Ecke noch unsere erste Bauindustrie bauen. Und die ersten Bauaufträge erteilen. Ganz wichtig dafür. Wir werden alles erstmal deaktivieren. Das will ich alles nicht bauen. Das machen wir alles separat. Das heißt, einmal hier eine Straße raus. Stückchen nach da. Stückchen nach da. So. Einmal in die Richtung. Und dann gibt es die kostenlosen Bauindustrien hier unten. Und davon werden wir uns jetzt am Anfang erstmal... 1, 2... Spiegel das mal, damit es gleich aussieht. 3 und... 4... 4... Die machen wir noch ein bisschen weiter runter. So. Dann haben wir das nämlich auch. Dann kommt das erste Verteilungszentrum. Die gibt es... Einmal hier. War es nicht hier? Na? Wo waren sie? Wo waren sie? Wo waren sie? Containerverladung. Verteilungsbüro. Ja. Das war es. Ihr seht, auch die Verteilungsbüros muss man erst erforschen. Ja. Das heißt, wir haben auch zu Anfang des Spiels nur diese Verteilungsbüros hier zur Verfügung. Und davon insgesamt 5 Stück. Das heißt, wir bauen uns einmal da eins hin. Und dann gibt es auch noch eine Tankstelle. Die gibt es auch. Da wollen wir aber am Anfang auch die kostenlose nehmen. Keine kostenpflichtige. Okay. So. Und dann werden wir mal anfangen mit dem ersten Fahrzeug. dass wir uns einen Flüssigkeitstanker kaufen. T-138. Und dann können wir jetzt schon starten. So. Also. Wir werden bei all diesen Gebäuden die Sachen erstmal von da oben holen. Da kriegen wir alles her. Inklusive Arbeiter. Und dann fangen wir hier mit Bussen einmal an. Wir werden auch die automatische Suche erstmal vergrößern. Wichtig ist mir, wir müssen am Anfang ein bisschen vorsichtig sein mit den Bussen. Wir sollten, ähm, also ideal wäre ein Bus mit 30. Ja. Einfach da 30 den großen, großen Effekt hat, dass wir nicht so viele haben. Denn wir haben nur maximal 80, 90 Arbeiter. So. Das wird aber, das wird aber am Anfang schwer möglich sein. Deswegen gehen wir mal auf Gesamtkapazität. Wir sehen, wir sehen, wir haben hier 7, 8, 40. Deswegen nehmen wir uns mal 4 40er. Dann werden wir uns hier ähm, zwei Bagger kaufen. Stufe 33. Und auch, ähm, eine Planierraupe. Na, wir sollten gleich zwei Planierraupen nehmen. Dann werden wir hier 4 Kipper. Der Stufe T138. Und ich persönlich baue am liebsten ja 5. Ah, komm, wir bauen nochmal, wir bauen nochmal ein fünftes hin. Ich glaube, ein fünftes ist hier okay. Das Problem ist hier natürlich auch, wir können maximal nur 7 nehmen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall hier ähm, abgedeckte Ladefläche. Jetzt gucken wir nach Gesamtkapazität. Da hätten wir den Skoda. Das ist für Mechanik, äh, Teile und Elektronik. Dann gibt es ein na, ich würde zwei Betonmischer nehmen. Dann brauchen wir eine offene Ladefläche. Da gibt es dann den Skoda. So. Und dann können wir im vierten gucken, was wir noch brauchen. Nämlich den Straßenkran. Den brauchen wir definitiv auch noch. Da würde ich sagen, wir kaufen uns erstmal einen Kran. Nehmen wir mal den. Und eine Walze, die hier am Walzen ist. Okay. Gut. Das ist das Thema. Dann gibt es natürlich hier einmal Öl beziehungsweise Treibstoff. Das kannst du bitte einmal von hier holen und bringst du einmal dahin. Bitte am großen Zollhaus beladen. Treibstoff und dort auf 30% entladen. Gott. Dann haben wir das Thema. Dann fangen die schon mal an zu bauen. Und wir werden ebenfalls den ersten Bauauftrag erteilen für nicht die Abteilung, sondern die Abteilung hier. So, einmal das. Einmal das und das. Die Industrieverbindung hier brauchen sie noch nicht machen. Das ist noch Quatsch. Aber die will ich jetzt fertig haben. Denn hier kommt hinterher Essens, Import und Export rein. Da gibt es hier oben dann noch ein kleines VZ. Das wird sich um das Ganze kümmern. Also von Doha aus geht es dann los. So, dann kümmern wir uns um die Bauindustrie der Zukunft. Die soll grob hier in die Ecke hin. Und da will ich gerne auch mir ein bisschen ein bisschen Kies auf Vorrat holen. Deswegen werden wir erstmal hier oben zwei Baubüros bauen. Und dann kommt hier unten eine kleine Kiesverwaltung hin. Das machen wir dann aber mit der Stadt in den nächsten Folgen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir heute kommen. Aber wichtig ist mir auf jeden Fall, dass wir die Baubüros hier errichten. Tja, es ist glaube ich jetzt eine Philosophiefrage, was man nimmt. Zwölfer oder Sechzehner. Ich persönlich ist schwierig. Ist schwierig. Das Problem ist, dass unsere Baubüros natürlich hier oben nur 400 Meter entfernt sind. Wenn man mal überlegt, das hier sind jetzt Luftlinie 1,2. Wenn man mal grob von Luftlinie ausgeht und noch so ein paar wurschelte Straßen nimmt, dann würden die ungefähr bis hier hinten kommen, wenn wir die da hinbauen. Das ist nicht allzu groß. Dann baue ich lieber nochmal ein zweites Baubüro woanders. Aber das ist nicht allzu groß. Deswegen würde ich hier oben eher in Richtung der Zwölfer gehen und nicht gleich die ganz großen bauen. Oder wir die hier wirklich hier mal reinpassen. Einmal da hin. Okay, sehr gut. Dann setzen wir uns einmal das Baubüro hier als ein Baubüro, damit wir hier auch Baustellen zuweisen können. Sehr gut. So, die sind also jetzt hier am machen, beziehungsweise ihr seht, die haben die Baubüros drinnen. Und was ich jetzt ebenfalls anfangen möchte, das ist einmal hier oben die erste Straße schon updaten. Einmal bis dahin und bis nach. Ja, das können wir schon bis unten machen. Genau. Und wenn wir das fertig haben, dann machen wir den anderen Kram weiter und parallel werden die dann hier mit beschäftigt sein. So, das können wir schon ein bisschen schneller machen und die Fahrzeuge können jetzt schon in Ruhe aufbauen. Ich müsste jetzt eigentlich alles da haben. Gucken sich jetzt aber nochmal. Das sind die Kieslaster. Die stehen jetzt hier Schlange. Genau. Die sind jetzt hier am arbeiten. Jetzt kommt die Nacht noch dazu. Machen wir uns das mal aus. Okay. Gut. Dann fehlt uns eigentlich nur noch eine wichtige Sache. Und das ist der Müll. Ja, es ist glaube ich eine gute Frage. Machen wir das hier hin oder machen wir das hier hin? Ich würde fast sagen, wir machen hier eine Parallelstraße, die wir hier abzweigen lassen. Und dann einmal da hingehen. Na, einen schönen Bogen. Dann einmal dort weggehen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Und hier möchte ich auf jeden Fall zwei technische Dienstleistungen ran haben, die sich einmal darum kümmern. Also wir werden erstmal eine günstige bauen. Die kommt hier hin. Die wird sich um die um die um ums Schneeschippen kümmern und dann werden wir noch zwei weitere bauen. Ihr seht, die sind relativ groß. müssen wir auf jeden Fall hier mit ran bauen. Das werden wir einmal in die Ecke machen. Wenn ich das so sehe, ich bin, Straße gefällt mir doch nicht. Das machen wir anders. Ich hätte gerne eine gerade Straße. Können sie im schlimmsten Fall auch gleich hier durchfahren. Ich glaube, das ist am Ende effektiver, wenn die hier direkt durchfahren, anstatt dass die hier irgendwelche Kreuzungen haben. Okay. Ja, das ist denke ich mal besser. Gut, technische Dienstleistung. Also, dann bauen wir einmal Nummer eins, einmal Nummer zwei. Das werden wir auch nochmal aussetzen. Das brauchen wir jetzt zum Anfang tatsächlich nicht bauen. Habe ich jetzt hier mit. Ja, es funktioniert. Okay. So, und dann kommt ein einfacher Müll für den Anfang. Wir werden den restlichen Müll so grob in die Richtung bauen und dann hätten wir, wenn wir das mal uns ermessen, von der Entfernung Kerze löschen wir die Punkte. Mal von hier ganz grob bis hier hingehen dann sind 600 Meter. Das muss für unsere Stadt einfach reichen. So, jetzt machen wir einen ganz einfachen Müllstart für den Anfang. Das heißt, ihr seht auch beim Müll ist am Anfang fast alles blockiert. Ihr könnt im Prinzip eigentlich nichts machen, außer das Zeug in der kleinen Anlage verbrennen oder es einfach stumpf da oben gleich hin bringen. Deswegen werden wir uns für den Anfang diese Lager für die Absatz Container nehmen. Davon bauen wir uns zwei Stück. Im schlimmsten Fall kaskadieren wir das weiter und bringen dort erstmal unseren Müll rein. Mehr machen wir damit nicht. den fahren wir dann oder wir bringen ihn einfach direkt gleich da oben hin. Aber viel mehr will ich mit unserem Müll Anfang einstellen dass wir ein bisschen Biomüll haben werden. Wir werden am Anfang eh nicht so viel verschiedene Müllsorten haben. Das kommt alles erst später. Ihr seht wie es ist alles noch gar nicht möglich. Wir können natürlich Mülltrennung schon machen hier vorne. das ist hinterher für das Fertilisen wichtig also für die Felderwirtschaft da brauchen wir das hinterher da brauchen wir den Biomüll in der nicht in der Stofffabrik dort ihr seht in der Kompostieranlage da können wir den Biomüll zu Dünger machen mit ein paar Chemikalien um dann das auf den Feldern zu bringen und das ist ganz wichtig das brauchen wir auf jeden Fall und das sollten wir auch tun so den Müll kann er eigentlich schon mit bauen aber nur ein Teil den Rest machen wir wenn wir entsprechendes Geld haben so jetzt sind wir hier vorne am bauen die Straße wird errichtet die erste Nacht kommt und hier vorne kommt der erste Beton Mischer jetzt schauen wir mal ob wir noch irgendwas optimieren können ihr seht wir brauchen 30 Beton würde ich sagen kaufen noch einen weiteren Beton Mischer das ganze hier ein bisschen weiter optimieren so okay das sieht doch schon mal ganz gut aus muss ich sagen dann gucken wir mal und so schnell kann eine Nacht vorbei sein faszinierend hier vorne sind die ersten verbindungen fertig sehr schön wie viele leute haben wir noch hier oben drin sieben arbeitskräfte okay gut dann können wir uns schon mal mit der mit dem thema industrie befassen wir können denke ich mal die erste grobe planung zumindest schon mal machen wenn wir uns das mal angucken dann sehen nicht so richtig mal wir können natürlich öl fördern aber auch da können wir mal schauen was das thema öl angeht was wir hier haben die bauen jetzt erstmal hier in ruhe weiter wir haben hier oben nirgends öl das könnten wir alles automatisiert pumpen lassen und alles automatisiert verkaufen das wäre ich möchte gar nicht sagen eine sichere Einnahme Quelle aber durchaus eine sichere aber ihr seht ich weiß ja ich habe überhaupt keine ahnung wo das zeug ist und wenn ich ehrlich bin so richtig in der nähe kann ich mal einfach so die sachen abgehen aber so richtig in nähe habe ich nix mir ist so wichtig da wo die stadt kommt ist nix hier gibt es nix leute ich weiß nicht ob wir eventuell eisen oder sowas schon haben ja also eisen hätten wir mega cool also wir haben eisen aber keine kohle und kein öl wir können mal spaß das haben wir mal gucken wo es die kohle gibt bäume sind glaube ich offensichtlich ja das ist hier relativ nah kohle ist echt ein problem ist hier hinten kohle tja also wenn ich ehrlich bin ich glaube kohle werden wir eine ganze zeit einkaufen müssen wow gibt es nichts ich bin echt gespannt wenn wir die geologie erforscht haben wo das ist wie sieht es mit öl hier aus auch nichts tja wir lassen uns überraschen wo diese waren alle sind ich bin wirklich 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 gespannt und wenn wir es noch mal angucken ihr seht ja auch kohle bringt also weiß ich nicht kohle ist halt unheimlich günstig ja das das kann man das kann man eigentlich bis zum schluss einkaufen und daher auch der große umschlagplatz hier es gibt noch einen weiteren umschlagplatz dann zum entladen da kommen noch ein paar große lager hin wie gesagt das machen wir dann hier oder wahrscheinlich viel eher da hinten in die richtung das müssen wir dann das müssen dann mal sehen in der nächsten folge gucken wir uns mal an wie die stadt geplant wird also lasst gerne ein abo und ein like da wenn es euch gefällt macht's gut bis zum nächsten mal euer strategie ciao ciao